Mein Name ist Niklas Held, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Solingen. Mein Partner ist Max Lübert, ebenfalls 18 Jahre alt, der wohnt in Neuss. Wir beide spielen Beachvolleyball für die Sportstadt Düsseldorf, für das Junior-Elite-Team. Und die vergangenen Wochen bei uns sahen so aus, dass wir die deutschen Meisterschaften in den Altersklassen U19 und U20 gespielt haben. Und das auch ganz erfolgreich. Auf der U19 in Kiel haben wir die Bronzemedaille abgeräumt und in Gera die Goldmedaille. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Wir sind schon mit der Erwartung reingegangen, bei beiden Turnieren zumindest im Halbfinale zu spielen. Und haben uns auch in den letzten Wochen sehr stark darauf vorbereitet. Und sind jetzt auch sehr glücklich, dass es alles so gut geklappt hat, dass wir bei der U20 dann gewonnen haben. Damit haben wir erstmal nicht gerechnet. Aber es ist natürlich umso schöner, dass es dann doch geklappt hat. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Quasi unser ganzes Leben lang. Und das merkt man auf dem Spielfeld, dass wir unsere Schwächen und unsere Stärken gegenseitig kennen. Und gut kompensieren können. Natürlich darüber hinaus trainieren wir sehr viel miteinander. Wir haben vor vier Jahren nicht mit der Erwartung, den Sport angefangen, sehr gut zu werden. Sondern haben erstmal aus Spaß angefangen. Wollten erstmal ein paar Turniere aus Spaß spielen. Dann haben wir recht schnell gemerkt, dass wir doch recht gut darin sind, was wir eigentlich machen. Und haben uns dann als Ziel gesetzt, so gut wie möglich erstmal zu werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns beide, dass wir uns nicht irgendwie ein riesiges Ziel gesetzt haben. Sondern wirklich einfach darauf losspielen und probieren, so gut wie möglich wir als Einzelspieler werden können, herauszufinden, wie gut wir werden können. Ich kann da immer nur für mich persönlich sprechen. Dieses Team ist natürlich cool und funktioniert gut. Aber kann man jetzt nie so langfristig mit planen und denken. Deshalb würde ich für mich persönlich sagen, dass mein Ziel auf jeden Fall ist, noch auf der Sportbühne groß aufzutreten und im besten Fall halt zu Olympia zu kommen. Ich würde sagen, wir sind noch sehr am Anfang unserer Karriere. Wir sind ja beide noch mit 18 Jahren doch sehr jung und haben auf jeden Fall noch viel vor uns. Wir sind vor allem durch die Sportstadt Düsseldorf jetzt in den letzten Jahren so gut geworden. Haben vorher in Solingen in der Halle gespielt, aber wurden primär von Düsseldorf im Sand gefördert. Und sind dafür auch sehr dankbar.